Hallöschneid und Willkommen auf TKM und Willkommen zu einem neuen Part von NES Remix Stage 2 von, wie viel war es? 25? Get to the goal So, dann kommen wir mal Ich glaube es sollte jetzt nicht so schwer sein Klar ist alles dunkel, alles scheiße, alles tot Aber Ich bin ja so gut im Videospielen Das heißt, ich sollte das auch ein bisschen blind hinbekommen So Ähm Ja, also das Ding ist Ich habe vor kurzem Das heißt vor 2 Minuten erfahren Das es nicht nur die NES Remix 1 Spielkategorie Gibt's, also ich meine ihr habt's ja Oh mein Gott, das war sehr knapp, Alter Tobi, was schreibt er mich jetzt an, Alter So, warte es geht hier runter Nein, es geht hier nicht runter Oh mein Gott, das war so cool, warte ich zeig's euch Wenn Mario mal hier hochgeht, Dankeschön Krieg ich die Dage sterben, das wäre sehr gut Bitte, 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 das wäre geil Danke, das ist gut Okay, gut Und zwar geht es Wenn ich hier rausgehen kann Ja, 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 stempel, stempel, stempel ist gut Und zwar hier, ich seht ja Remix 1 Aber es gibt noch ein Remix 2 Jetzt nicht NES Remix 2 das Spiel, sondern es gibt hier noch ein zweites Hier, das wird dann hier irgendwann auftauchen Das heißt Das heißt, wir werden wohl einen ganzen Part uns damit beschäftigen Irgendwie, äh, ne Die NES Remix, äh, hier Kategorie durchzuspielen Deswegen dachte ich mir, hey Spiel's mal jetzt mal hier auf Stage 3 Weil, pfff Das sind jetzt keine 25 Spiele, die wir jetzt hier haben Das heißt, äh, sonst müssten wir ein Part aufopfern für NES Remix 1 Aber nur die Hälfte davon und dann noch 2 Also Kategorie 2 Das ist ja ein bisschen eklig, deswegen dachte ich mir, hey Ja gut, das hat sehr gut funktioniert Ähm, deswegen dachte ich mir, hey Jetzt für diesen Part machst du mal hier direkt 2 Level hintereinander Und diese Level sind sehr interessant Denn es ist nicht einfach so, wie man sich von denken kann, äh, ganz normales, äh Hier, wie immer, ich bin jetzt Mario Bros Kategorie Und ich bin jetzt ganz normal Mario Bros Level Ich glaube, ich sollte mal hier ein bisschen abbremsen Warte, ich versuch's nochmal Ähm, einfach normale Mario Bros Kategorie Nein, diese NES Remix Kategorie Ist, äh, ja Besonders, ich mein, ihr habt's ja schon gesehen Es sind verschiedene Spiele, nicht nur ein Spiel Und die Missionen sind auch viel interessanter Und ich glaube Oh, what the fuck, warte mal Pfff Achso, der läuft automatisch Ja lol Äh, ja, das wollte ich auch noch sagen Äh, es gibt auch ein paar Kleinigkeiten, Die auch anders sind Das ist nicht so nochmal Gewöhnlich für Mario Bros Ich glaube, ich muss auf den Block da springen Ich glaube, anders kriege ich das nicht hin Wie zum Beispiel, ich kann nicht zurückrennen oder so Mario läuft automatisch Ich kann jetzt nur springen, mehr nicht Das heißt, ich konzentriere mich jetzt darauf, auf den Block danach zu springen Und zwar Jetzt gleich Oh mein Gott Ich glaube, das war ja sehr gut Ich finde es nicht Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott, bitte Hilfe Oh, hier muss man wirklich kurz springen Was auf einem NES Mit der NES-Steuerung ein bisschen ekelhaft ist Oh, Scheiße Fuck, Mann Ich glaube, ich habe zwei Sterne Das war sehr schlecht tatsächlich Und Okay Ich weiß nicht, wieso Ich irgendwie die ganze drei Sterne bekomme Vielleicht habe ich irgendeinen Hack drin Ich weiß es nicht Aber Die Regenbogen-Sterns bekommen Ist halt auch echt nicht möglich, habe ich das Gefühl So Oh, das sieht aber auch geil aus So, jetzt würde ich aber sagen Donkey Kong Junior Stage 1 Hier haben wir auch nur sieben Leveln Was sehr gut ist Weil dann ist dieser Partik auch nicht so lang Drop a Fruit Hier haben wir hochklettern Zack, easy Das habe ich auch als Kind gespielt Ähm Aber ich habe Jetzt nicht die NES-Variante gespielt Sondern Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt Das ist Also jetzt for real Man kann jetzt sagen Oh, damals NES Kennt ihr das noch? NES Oh, Scheiße Ja, weißt du was? Komm, ich mache einmal weiter NES, kennt ihr das noch? Nee, das solltet ihr noch kennen Aber ich rede jetzt von den ganz alten Wie ich sehe Die ersten DS-Konsolen Ähm Ich meine, an sich ist es schon eine DS-Konsole Weil DS bedeutet ja Dual-Screen heißt es, glaube ich Ja, kannst dich mal verpissen Wie mag ich das nicht, dass da keine Musik ist, ne? Das ist irgendwie gruselig Ähm Das ist noch etwas ganz altes Ich frage mich aus welchem Jahr das ist Ich weiß nicht, ob das aus den 70ern ist Könnte auch aus den 70ern sein Aber sicher bin ich denn nicht Weil das ist auch Anfang 80er Das ist einfach so eine Art DS-Konsole Ist halt nur Es hat nur ein einziges Spiel Du kannst auch die Spiele nicht wechseln oder so Das ist wirklich nur ein Spiel Mehr ist es nicht Oh oh Ich habe schon einen Rommensee Ja, fuck Nee, nee, nee Ich möchte jetzt hier Ich möchte schon richtig machen Also so ist es nicht, ne? Äh, hier Instant Nicht, dass ich jetzt jemandem Zeit opfere Für danach zwei Sterne Muss ich das sowieso alles nochmal machen Deswegen mache ich direkt hier Zack, restart Und das dauert sowieso nicht lang Ihr seht es ja Die ersten zwei Level gehen hier Zack, zack, zack Ich muss aber erstmal gucken Wie ich den besiegen kann Ich muss erstmal warten, bis der runter geht Scheiße Scheiße, wie mache ich das jetzt Jetzt muss ich ein bisschen timen Ich weiß aber echt nicht, wie die Konsolen heißen Die haben irgendeinen speziellen Namen Oder ich glaube, die Namen sind nicht ganz mal so speziell Ich glaube, das ist einfach nur Der Name Das ist einfach nur Das Name des Spiels, ne? Und mehr nicht Irgendeinen Namen Das heißt, Donkey Kong Jr Und dann halt Oh, what the fuck, alter Alles klar Und dann die Konsole halt Irgendwie, keine Ahnung Ich könnte schreiben Ein altes Donkey Kong Jr. Spiel Und dann vielleicht seht ihr Digga, wie ist das möglich? Hallo, wie komme ich da durch? Wie soll das gehen? Das geht doch gar nicht What the fuck? Es war auf jeden Fall Jetzt nicht So hundertprozentig aufgebaut wie hier Aber es ging Es ging so in die Richtung Und das Beste ist Es gab Keine Ahnung, wie viele Konsolen es davon gab Wo man halt wirklich Sagen wir mal Es gab zehn Spiele, okay Das heißt ihr habt ihr dann Ihr habt ihr dann zehn Konsolen zu Hause rumliegen So Digga, ich glaube ich muss echt so langsam kotzen, ne? Ich muss echt so langsam kotzen Ähm Und das waren wirklich Eigentlich nur Bilder So, ich meine Ihr konntet schon die ganzen Polygone Beziehungsweise die Silhouetten Das war, was meine ich Die Silhouetten konnte man schon vorher sehen In welche Richtung der Gegner Beziehungsweise Du selbst In welche Richtung ihr hingeht Oh mein Gott, jetzt habe ich Glück Ja, also man braucht hier auch ein bisschen Glück, ne? Ich meine, ihr habt es ja schon vorhin gesehen Manchmal war es schon einfach ein Recherlicht Muss man einfach sagen Und by the way, Mario war damals auch der Bösewicht, ne? Also Jumpman hieß er damals Da war er der Bösewicht John Connors Aufgabe War einfach Mario Beziehungsweise Jumpman Außer Gefäß zu setzen Das, äh Ja, so war es damals, ne? Ich weiß echt nicht mehr Wie die genau Wie die genau Bezeichnung ist Von der Konsole Ich weiß es leider nicht mehr So Drop all the fruit Äh, okay Ticker, what the fuck Das sah jetzt sehr witzig aus Wie ich da rumgebackt bin So Wir machen einfach instant so Pass auf Zack Schnell hoch Und dann hier zack Zack, 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 zack Easy Und jetzt Jump and grab on, okay Okay, krass Und jetzt Get to the goal, okay Das sollte jetzt auch kein Problem sein Wir sind jetzt hier direkt hier oben Nice Ja, Leute, so macht man das Warum hat, warum funktioniert das nicht, äh Funxiert das nicht direkt? Warum muss ich erst mal zehnmal sterben, bis das funktioniert? So Insert all the keys into the locks Okay Ja, Leute, wie geht's euch? Ähm, das kann ein bisschen dauern Oh mein Gott Gut, dass ich nach unten gegangen bin Oh mein Gott, alter Ah Ich kann auch so machen Ja, okay Ich mach auch Sinn So, ich schrei hoch Ah, ich glaub ich hab jetzt zu viel Zeit verschwunden Obwohl, nee Ich war sehr schnell am Anfang Ich glaube die drei Sterne müsste ich noch bekommen Das sollte kein Problem sein Und Und Oh, ich glaub aber grad noch Ich glaub hätte ich jetzt Sekunde 30 gehabt Dann, äh Das wär's dann gewesen mit einem drei Stern Ich muss ehrlich sagen, Donny Kong Junior war jetzt nicht so mein Spiel Auch jetzt damals, als ich Endless Remix gespielt habe Mit, äh, hier Das ist... Ich weiß nicht Das war jetzt nicht so Ich weiß nicht so der Fan Ich dachte ich hätte noch getroffen, aber egal Na komm, ich kann dir auch Füß da drücken Nicht, weil das Spiel zu schwer war So ist es nicht, ne Ich mein, das Spiel ist nicht schwer Muss man halt einfach so sagen Aber es hat mir irgendwie nicht gefallen Und ich könnte aber jetzt auch nicht sagen Genau warum Ich meine auch jetzt bin ich ehrlich Muss ich sagen Dass das Spiel jetzt nicht so mein Fall ist Also ich hätte jetzt eher weniger Bock Meine Lebenszeit damit zu verschwenden Anführungsstrichen Ähm Äh Äh Ja wie gesagt in Anführungsstrichen Ähm Ähm Die Spiel zu spielen Ja Digga Man Das hat doch grad so gut funktioniert Warum geht das jetzt nicht mehr Hallo Jetzt Nein Digga Diese eine Pixel Puh Le Okay Jetzt Digga Du bist auch so eine Nnnn 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 Jetzt aber Ja 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 Geht doch Oha sogar Regenbogen Nein So Ja weg 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 Oh ich hab ein Ich hab ein Kommentar bekommen auf ein Youtube Video Äh Oh tschüss okay Ähm Hier Stage 4 Mal gucken Was du denn hier machen musst Jump over enemies Ten times Okay dann nur Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Boah Das war jetzt die Challenge Boah Ich meine wenn es so weiter geht Sollte das Spiel echt nicht so lange dauern Ich meine ich bin ehrlich zu euch Ich dachte eher so Ja das könnte jetzt ein Let's Play werden Das bis Dezember geht oder so Ich meine von Spiellänge her wäre das auch gut möglich Ich meine sagen wir mal ehrlich Ich habe mein Internet nachgeguckt und was spielen soll Also NS Remix soll 16 Stunden lang geben wenn man überall die drei Stände sammeln will Äh Kann ja gut sein Ähm Aber ich bin ehrlich Ähm Ich hab das Gefühl dass wir jetzt Oh the fuck Warum hat er aber mal einen Anfall bekommen Hä was ist denn jetzt passiert Ich glaub ich kann nicht so springen weil sonst sagt Donkey komm Uh ah ah Ja ne warte 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 Ich brauche jetzt nichts versuchen Ich springe jetzt einfach sofort hier Ich geh direkt nach oben Hier hin So Geht doch Was war jetzt das Problem Scheiß Affe Du bist du ein Ich hasse dich Du bist so ein ekelachter Bastard Kein Wunder dass keiner sich mehr kennt Junge ohne Witz Donkey Kong Junior Wer kennt von euch Donkey Kong Junior Ich bin mir sicher Keiner von euch kennt Donkey Kong Junior So Oh tut mir leid Ich habe vergessen das ist so Oh ok Puh Das Spiel ist ja Voll voll mit Physik Alter Ja komm Ich muss warten Ich bin ein scheiß Affe Digga verpiss dich doch mal Alter Digga Du bist doch so ein Das kann nicht sein Junge Verpiss dich doch einfach Ich habe diesen Sound eigentlich gehört Wenn du von euch getroffen wird Das hört sich an wie aus dem Super Mario Bros dieser Oh nein Ich wurde getroffen von einem Käfer Oder was auch immer Oder was auch immer Oder was auch immer Oder so ist Ich finde es einfach nur witzig Wenn ich nichts sage hört man nur manchmal diese Geräusche Boom 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 Mehr hört man nicht Das ist schon ein bisschen amüsant Ich warte lieber Genau das Ja macht die Ecken Alter Warum so spielen manchmal so schön Das ist auf jeden Fall nicht so scheiß programmiert wie Ice Climbers Also Leute sollte Ice Climbers Ich weiß nicht ob Ice Climbers für NS Remix 1 oder 2 war Ich glaube tatsächlich nur NS Remix 2 Wenn das der Fall ist dann Tobi viel Spaß auf jeden Fall Ich gönne dir das so hart nicht was Aber ohne Witz Hier Ice Climbers ist so ein Randspiel Also wer das für NS entwickelt hat tut mir leid aber Es hätte auch von 2022 kommen können oder so Auf jeden Fall 2020er Jahren Warum sage ich das Digga verpiss dich doch Danke Warum sage ich das Weil ähm Heutzutage haben die Entwickler nicht zu viel Zeit Sie müssen das Spiel frühzeitig rausbringen Und dann wirkt das so wie wenn man ein unfertiges Spiel kauft so Und so ist Ice Climbers für den NS Es wirkt so unausgereift Ja toll Einfach nur weil dieser Hurensohn Alter Ja verpiss ich bin Ich brauche dich damit sowieso nicht mehr Digga Hier Mi was ist tot Hallo Aber ihr wisst was ich meine Die Steuerhöhung von Ice Climbers ist scheiße Man fällt durch Blöcke Also noch schlimmer als hier wie ihr es jetzt gerade gesehen habt Dort ist es noch schlimmer Also Dorn kommt Du kannst auch da runter gehen ne Also du musst es hier nicht ganz Auch Weil du ein Affe bist Musst du es hier nicht ganz rumhängen alter Arschloch Wow okay Dankeschön Jetzt ganz schnell Was sind das eigentlich für Viecher alter So was soll das darstellen Das ist mal Real Talk Was soll das darstellen Das sind irgendwelche Beißer So aus Walking Dead oder so Keine Ahnung warum sie jetzt hier sind Okay toll ich hab's geschafft Oh jetzt hab ich die drei Sterne jetzt verpisst euch alter Lieber Regenbogen oder Ah schade So Ich brauche das Wozu sind die Stempel eigentlich doch gut Die Stempel brauchen wir ja nicht mehr oder Jetzt warte Y was ist das denn hier Was ist hier Ah tatsächlich Tatsächlich zitterst du den 100% ja okay cool wenn man sowieso eine stelle bekommt nur wenn man das level kurz angespielt hat dann wozu dann sich die mühe machen die drei sterne alter ohne witz ich hab gar nicht drauf geachtet das alles normal wäre vor allem wie futuristisch dass sie aussehen soll so was haben wir sie hinbekommen sogar sogar die farbigen haben wir bekommen und 7 let's go leute und kong jr wäre dann auch damit abgeschlossen wie rescue donkey kong gut dann machen wir das mal ganz schnell so runter und dann gehen wir jetzt hier hoch warten wir hier hoch und oh ja und dann oh scheiße da machen wir also das war jetzt einfach ich hol jetzt kurz mein bonbon diese karamellbonbons sind ich habe sie als kind wie mocht dann habe ich sie gehasst und jetzt liebe ich sie wieder so leute wir haben es geschafft ich hoffe euch hat das lp gefahren ja geschafft und im nächsten part machen wir mit maros weiter und ihr seht schon stage ich glaube da werden noch ein paar spiele kommen weil ihr seht diesen punkt da irgendwas sagt mir dass das nicht ganz komplett ist weil ich das spiel wird grad viel zu kurz bin ich ehrlich auf jeden fall müssen wir im nächsten paar 10 stage spielen anstatt 7 wie es hier der fall war deswegen seid einfach mal gespannt und ja ich würde sagen wir hören uns das nächste mal wieder